Tag Leute, herzlich willkommen zurück zu Ulaqusa Titan 3 CFR. Ja und diesmal nehme ich synchron wieder auf, das heißt mit Yauda City. Das ist, weil ich jetzt auch wieder einen zweiten Monitor habe, aber es ist halt immer noch der mit einem roten Punkt. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt getauscht bekomme oder nicht. Und irgendwas wollte ich noch erzählen, aber genau, natürlich Flying Circus heißt das. Und zwar wollte ich noch erzählen, ja man sieht es nicht von, zwar halt wegen, ich habe Wochenende, also ich habe ja schon viel viel länger dran gearbeitet. Also nicht, aber ich habe halt lange Pause gemacht, weil ich mache das auch nur, wenn ich wirklich Bock habe. Und zwar das erste Video für meinen zweiten Kanal, den ich schon lange, lange geplant habe, für alles, was nicht mit Let's Plays zu tun hat. Also Vlogs, dann wollte ich Loot Raider mir bestellen, ein Jahr lang. Also halt so Looten, Box Looten, Vlogs, alles halt. Und vielleicht aufwändige Videos, Comedy-Videos, also alles so drum und dran. Aber jetzt bei den Vlogs würde ich, muss ich schon mal sagen, keine Daily Vlogs, ne nur halt, wie soll man das sagen, Spezial Events oder so. Also, ähm, ist das, ne, das ist doch nicht, hier, ähm, das heißt, Gamescom, äh, was gibt's noch, äh, ja, Gamescom, Japan-Tag oder so. Alles drum und dran, so Spezial-Tag, sag ich jetzt mal. Ja, ja, und da habe ich halt, ähm, dieses Wochenende echt lange dran gearbeitet. Oh, das ist, jetzt muss ich halt nur noch die Stimme aufnehmen und so. Sonst ist das fertig und das Video bringe ich dann entweder Freitag oder Samstag. Also ich könnte es versuchen, also versuchen nur, und, äh, es, äh, hier, äh, was würde ich sagen? Genau, es versuchen, ähm, äh, also Samstag wahrscheinlich, denn mach ich, also, den Name könnt ihr schon mal aufschreiben, Aaron-Sirup. Ähm, weil es ist, ja, bekannt bei mir, sag ich mal so. Ah ja, ähm, ja, was das wird, lasst euch überraschen. Ähm, sonst habe ich gar nichts zu berichten. Oh, doch, Flying Circus, wie das schöne Stück hier heißt, ähm, das kann man in Dunkeln spielen. Entschuldigung, dass ich so viel M sang, aber reden und gleichzeitig socken ist nicht das leichteste. Das müsste man, müsste ich mich auch dran gewöhnen, das zu machen, ähm, seit dem Kanal besteht, weil das kann man, ähm, ja, Tony Hawk, glaube ich, schon merken. Ähm, das für mich früher schwerer war, äh, zu spielen und gleichzeitig zu kommentieren. Und ich versuche ja immer so wenig, ähm, auszulassen, damit das ein bisschen mehr inhaltlich ist. Ja, das, äh, ja, hab ich ja nichts zu berichten. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auf dem zweiten Kanal. Ich hoffe, es klappt Samstag, denn kann ich ja, also, ab dann ist es ab nächste Woche unten halt in Kanalbeschreibung, zweiten Kanal, für alles ist das. Außer Let's Plays halt. Ja, genug gern mitgefahren, also, damit würde ich echt gern mitfahren. Also, dafür gern habe ich auch ein YouTube-Video gesehen, ähm, das würde bestimmt echt Bock machen. Ja, ein bisschen, ja, vorspülen. So. Ich wette, wenn ich gleich diese Aufnahme höre, sage ich, oh, fuck, das habe ich vergessen. Bestimmt. Oh, stellt euch vor, das würde echt so abgehen, ey. Tö, tö, tö. Achso, ich habe ja, oh. Hier kommt rein. Ja, komm du nur rein, okay. Das schadet. Na Pech. Dann müssen wir halt eine Runde warten. Oh, die Folge wird viel zu lang. Mist, Mist, Mist. Eigentlich wollte ich die nicht verhindern, jetzt, okay. Versuche ich das? Oder schreit der auch? Warte mal. Die, der Inspektor? Nö. Hat keine Reaktion. Hat wohl alles seit Geburt verloren. Also, wirklich alles verloren? Ist echt nicht traurig. Ja. Ähm. Mehr habe ich gar nicht zu berichten. Nicht wirklich. Außer heute mit dem zweiten Kanal. Ähm. Ja. Und mit dem zweiten Monitor kann ich ja ein bisschen dazu berichten. Ja, das sieht ein bisschen blöd aus, aber irgendwann. Ja, der hat unten rechts einen toten Pixel. Das sieht man leider links nur auf dem, ups, schwarzen Hintergrund. Ähm. Bildschirm. Ja, zu dunklem Hintergrund eher. Da ist unten rechts halt denn so ein roter Punkt. Äh. Ich habe das auch mit diesen Dings versucht, wo man die wieder beleben kann, sage ich mal so. Den Pixel. Habe ich mal eine Stunde drauf gelassen. Ähm. Und dann, ja. Hat nichts gebracht. Zurückgeschickt. Und die haben das halt gleich so eine Reparatur geschickt. Ich sage nicht welche, weil das wäre Rumpfmord. So scheiße. Ähm. Und zwar haben die mir genau denselben zurückgeschickt. Und die haben intensiv nach dem Fehler gesucht. Da war angeblich gar keiner. Obwohl man das sieht. Naja. Irrelevant. Dann würde ich sagen. Äh. Ich freue mich über jeden Dislike. Und ciao.